Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bitch-Tastic. Ich höre hier immer so komische Platscher, aber das sind die Augen, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Wir schauen mal, wo es weitergeht. Oh, in einem natürlichen Dörfchen. Oh, hallo. Oh, guten Tag, der Herr. Hier fliegt nur eine grüne Hexe in der Gegend rum. Ich dachte, du bist die grüne Hexe. Okay. Und ein paar Ratten sind da. Mal gucken, was draus wird im Level. Vielleicht sollen wir die Ratten ja braten. Nein! Neue Zutat, schwarze Katze. Drücke X, um dich in die Katze zu verwandeln. Drücke A, um die Ratte zu fangen. Okay. Dann kriegen wir den Rattenschwanz. Warum du brauchst den Rattenschwanz? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das soll ein Rattenschwanz sein. Nichts perverses, was man da so sieht. Okay. Ähm, also links drücken. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir angezeigt wird und was du drücken musst. Links drücken bei mir und unten drücken, um die zu fangen. Oh mein Gott. Hier ist doch schon eine schwarze Katze. Uh, 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 ich bin schwarze... Hallo? Katze? Warum bin ich jetzt nicht mehr... Ach so! Ich kann das nur, wenn ich da draufstehe, oder was? Was brauchen wir denn? Eine Auraune noch. Ich hole schon. Äh, äh, Holz, Holz, Holz. Ach, du hast... Hä? Wie hast du das denn gemacht? Du hast noch gar nichts gemacht. Äh, wo sind die Gläser? Ach, links. Wo ist die, wo ist die Eule? Wo ist die Eule? Äh, Schwanz und... Eule, ach da. Oh, sag... Nein, wo ist die Eule? Auraune. Hallo? Sag mir doch mal... Ist die Eule? Ich seh nix. Ich seh die immer noch nicht. Ich brauch immer noch ne Auraune. Ne, ohm' Scheiß, ich seh die Eule immer noch nicht. Wo hast du das jetzt abgegeben? Keine Ahnung. Ach, jetzt hab ich kein Holz mehr, oder was? Willst du mich jetzt hier... Oh... War es irgendwie rechts an einem Fenster, oder so, wo du... Ich weiß nicht. Hä? Ich weiß nicht, wo ich die abgegeben muss. Wo ist diese dämische Eule hin? Oh, hier läuft einer. Pass auf. Ich bin... Was? Mach du mal den Trank. Huh, da kommt doch noch einer raus. Das muss ich nie am Knoblauch. Hä? Ey, wir können's nicht abgeben, weil diese blöde Eule nicht... Da wird sie mich jetzt hier. Hä? Ich weiß nicht, wo die ist. Da hinten kann ich auch nicht rum. Wollt ihr mich hier veräppeln, Leute? Komm ich hier nicht mal raus. Hallo? Oh, jetzt komm ich hinterm... Alter. Beißte den Bürger mit der Katze. Ja, aber ich weiß nicht, wo diese scheiß Eule ist. Ja, mein Trank ist irgendwie auch gerade weg. Also irgendwie ist das jetzt gerade... Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Neustart. Vielleicht ist die weg oder so. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ja, aber hier kommt sie ja nirgendwo. Wie gesagt, der Trank ist jetzt auch weg. Also der ist irgendwie... Ach, jetzt hab ich hier so einen Blöde. Danke. Oh, ey. Ach, jetzt sind wir nicht dieses scheiß Ding. Du sollst den schlagen, Mann. Aua. Ja, jetzt das Ding ist explodiert. Ey. Ey, der Level läuft ja super. Keine Ahnung. Ja, aber wir hätten ja schon längst alles machen können, wenn diese blöde Eule da wäre. Ich mach mal einen Neustart. Also wieder keine Eule da. Keine Ahnung. Oder muss man das da abgeben, wo es draufsteht vielleicht? Katze und Alraune. Alraune, Alraune. Lass uns das mal probieren. Ich brauch Holz. Hallo, ich hab das gerade abgestellt. Ach so, der läuft doch auf den Balken. Ja, da muss es abgeben. Ach, tatsächlich? Was ist denn das für ein... Ja, Katze und Alraune wieder. Wieso kann man das dann nicht wenigstens sagen? Das fand ich jetzt ein bisschen blöd gemacht, dass das nicht erklärt worden ist. Da kommen die Bürger auch da raus. Alraune und zweimal Knoblauch. Nein. Man nimmt doch die Kack, Alraune. Du stehst vor dem Ding. Aber das haben wir, wie gesagt, bei dem anderen Spiel ja auch schon gehabt. Du stehst vor dem Ding und kannst es nicht drauflegen. Holz. Geht nicht. Ich bin gerade Holz am holen. Geht, du sollst es ja holen. Ach so. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Knoblauch und... Blume hier. Ach, wieso habe ich jetzt den Knoblauch? Wow. Ich habe ihn weggeschleucht. Oh, willst du mich jetzt... Ach so, der hat mich unterbrochen. Einen Schwanz brauchen wir doch. Nein. Wir brauchen immer noch die Blume. Wo hast du die Blume hingetan? Ach so. Ist noch unten. Du bist jetzt gerade die Katze, oder? Ja, ich habe ihn weggeschleucht. Glas, 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 Glas. Links. Nee, warte mal, stopp. Das war links. Wer macht das rechts? Ach, das in der Mitte kannst du vergessen. Zweimal Knoblauch, einmal. Ja, doch, aber ohne brauchen wir noch. Jetzt mal auch. Wer hat es geschafft, da war nämlich ein Dings. Zweimal Knoblauch. Mach den Knoblauch noch mal. Ohne. Holz, Holz. Alter, lass mich doch mal hier diese scheiß Katze nehmen. Äh. Rosa? Allraune und Schwanz. Allraune, Allraune. Knoblauch? Oh, jetzt geht er rein. Nein, das ist doch nicht da rein. Mach das schnell nach rechts, schnell nach rechts, schnell nach rechts, schnell nach rechts, schnell nach rechts. Äh, Rose und Knoblauch. Was ist das hier? Ja, hab ich schon vorbereitet gehabt. Holz. Das brauchen wir zweimal noch. Wir brauchen das nochmal. Aber wir haben keine Dings mehr. Keine Zeit mehr. Wir sind fertig. Achso. Nee, auch fertig. Oh Gott. Ja. Oh Gott, ich kann hoffen, dass der Rest jetzt besser erklärt ist. Schau dir die zufälligen Zutatenkombinationen bei den Schriftrollen an. Wollt ihr mich veräppeln? Merke dir die Zutaten für den jeweiligen Regenbogentrank. Die bringen mehr Punkte. Also lass uns die Regenbogentränke machen. Aber es sind zufällige Zutaten, ne? Ja, ja, es sind nicht immer die gleichen, die du jede Runde dann bekommst, so wie ich das verstehe. Äh, oben. Zwei Schwänze. Ja, super. Mach du die Schwänze. Äh. Äh. Was wollen wir noch? Rechts, 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 sind die Gläser. Ja, ich häng fest, Mann. Lapp hat doch nicht so. Kannst du auch... Ah, nee, nach links muss... Nach links bringen, ne? Denk dran. Achso, ich bin hier noch. Weil das sind ja andere. Äh, Pilzblatt, Knoblauch. Achso. Hallo, nimm das Blatt da raus, Mann. Pilsblatt, Knoblauch, hab ich drin. Ja. Pils, Pils, Pils ist ein Schneiden. Mach rein, ne? Wir haben kein Holz. Äh. Das war das Rechte, ne? Ja. Hallo, mach es auch, Mann. Äh, einen Schwanz brauchen wir und ein Blatt. Ich finde, so braucht der Mann. Äh, ich nehme das Blatt, Mann. Obwohl, mehrere wären vielleicht nicht so gut, ne? Oh, jetzt lauft, Mann. Blöde Kuh. Äh, links war das. Äh, Rose, Pilz und Blatt. Äh, da kommen gleich welche raus. Rose. Du hast Pilz. Blatt ist hier. Mach ich schon. Mach du, hol mal Holz. Da kommt er. Er ist weg. Äh, wo war das? Wo war das? Rechts, 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 rechts. Das linke hat, linker hat drei Pilze und eine Rose. Oh. Nein. Mann, jetzt nimm diesen scheiß Pilz. Drei Pilze, ne? Ja. Ich hole Feuerholz. Oh, mach, mach, mach. Äh, was war das? Links? Links, ja. Ich hab schon. Boah, das war aber grad so. Äh, zwei Pilze, ein Blatt. Nee, ne Rose und ein Schwanz. Ähm, mit dem müssen wir das machen. Zwei Pilze, ein Blatt in der Mitte. Nein. Rose und ein Schwanz. Warum machst du das, äh, was, wer Zeit hat noch? Das hat nicht mehr Zeit. Deswegen mach ich es, ja. Hä, das ist das? Oh, was ist das für ein Scheiß? Keine Ahnung. Das ist kein Pilzwasserstand. Mann, nimm es doch mal und lass es auch in der Hand. Zweimal Rose, einmal, äh, äh... Mein Gott, ich kann mich nicht... Ach so. Oh. Eigentlich ist es ja gut, wenn man sich nicht bewegen kann, aber... Weil das heißt, du bist halt durch, ne? Dann bin ich auch gleich. Äh, 22, hier. Hä? Das ist auch... Nee. Wo sind die Dinger? Rechts und links? Links, links. Äh, zwei Blätter. Oh, ich komm da gar nicht hin. Moment, so. Och, lauf doch einfach. So. Mann, mach es doch auch zu Ende. Mensch. Hast du? Äh. Da oben, oben, oben. Gib her. Boah. Wo ist die... Wo muss das hin? Da oben. Äh, oben links, oben links, oben links. Äh, einmal Schwefel-Dings hier. Äh, oh... Wo ist denn das? Hast du mich veräppeln? Wo ist das? Hier, dieses... Dieses gelbe. Oh, das waren... Scheiße, weiß ich nicht. Ja, es gibt's hier nicht. Es gibt's nicht. Ach so, äh, eine Alraune brauche ich. Eine Alraune musst du tauschen dagegen. In der Mitte. Wo? Oh, ja, warte. Leg hin, leg hin, leg hin. Ach, da. Oh. Dann hier. Gib her, gib her, gib her. Ah! Nein, das ist schon weg. Scheiße, warte. Ich komme, ich komme. Hier, nimm den Trank. Nimm den Trank. Ja, ist doch schon zu Ende. Nein, da oben. Da, hinter dir. Oh. Äh, Alraune und Blatt. Blatt liegt hier, warte. Oh, pass auf, ich nehme die Katze, ich nehme die Katze. Nein, ich kann sie nicht nehmen. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Scheiße, klatsch mir eine. Dann klatsch, dann klatsch ich ihm eine, so. Ah, es explodiert da, der Trank ist fertig. Ah, nein, nein, ich brauche Glas, 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 schnell. Es explodiert aber nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, da, schnell, schnell. Alter. Äh, zweimal Blätter, zweimal Blätter. Explosionen brauchen wir. Eine Alraune. Hier, tu das schnell in den Kessel. Oha. Warte? Holz, ach so, du hast Holz. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Hier, es explodiert. Zweimal, zweimal, was brauche ich jetzt? Alraune wieder. Kümmer du dich um die zwei Blätter? Alter, lauf jetzt, endlich, bleib doch nicht überall hängen. Ein Glas bitte hochgegeben. Das brauche ich gleich. Das brauche ich gleich ganz schnell. Och, jetzt setzt's ab, Mann. Hier, nimm das weg. Mach die Explosion, genau. Was brauchen wir denn? Scheiße, falsche Seite. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich mach schon mal den. Was machst du denn da? Ich klatsche den jetzt eine. Bevor der dir eine klatschen kann. So, blau. Äh, Alraune und Blatt. Alraune und Blatt. Ja, hab ich oben hier gelegt. Blatt ist bei dir, Blatt ist bei dir. Also, Alraune und Blatt sind rechts. So. Mach mal so ein Dynamite-Ding, schnell. Kann ich nicht, weil ich das andere drin hab. Du hast mir ja nicht geholfen. Och, ey. Zieh langsam. Oh, jetzt mach schon mal. Also, Alraune und Blatt ganz rechts ist blaue. Blau, 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 schnell. Brauchst du noch eine Explosion? Explosion, schnell. Oh, wir brauchen zwei Explosionen. Ich hab nicht mehr. Ja, noch eine. Ich hab keine Alraune. Warte, ich tausch. Hier, da. Äh, Glas, 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 schnell. Ich hänge. Ich explodiere. Ja, du nicht. Zweimal Blätter, zweimal Blätter, zweimal Blätter. Ja, 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 das kriegen wir schon hin. Das schaffen wir nicht mehr. Ein Blatt und eine Alraune geht auch noch. Da mach die Alraune rein. Hier, mach die rein. Och, Mann, der nimmt das wieder nicht an. Uh, so ein kleines Stückelchen. Ja, ein Ding fehlt und so. 22, wir haben jetzt 23 hier. Okay, oben links fangen wir mit an. Oh, Auge und Alraune. Wo willst du hier ein Auge herkriegen? Ja, wir können nur Auge und Alraune machen. Scheiße, ich nehm schon mal ein zweiter. Ach, oder müssen wir die wieder eintauschen? Fuck, wir müssen die gegen Knoblauch eintauschen. Knoblauch, Knoblauch. Oh. Auge. Alraune. Äh, Holz, 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 da. Rechts. Holz ist rechts. Wieso kann ich das nicht achten? Schwanz brauche ich. Nein, ich brauche Glas, 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 Glas. Wo ist es? Links, 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 links. Unten, unten, unten. Und links, oben, rein machen. Oh, und wir haben noch Blume und Knoblauch. Ach, Knoblauch hast du schon. Blume, Blume, wo ist die Blume? Wieso stellt ihr das Ding nicht ab, Mann? Mann, was ist jetzt los hier? Geh doch mal weg. Mach den Knoblauch da mal rein. Mach jetzt die Blumen da rein, Mann. Und jetzt schnell, äh, Holz brauche ich wieder. Ach so, das küchelt ja. Nee, dann nimm dir ja Glas, so. Ja, ist aber schon zu, scheiße. Ja, geil, ey. Was ist die Auge? Auge, Alraune, schaffen wir das noch? Alraune haben wir hier. Nee, aber Regenbogen hätten wir machen, so dreimal Knoblauch. Ja, hättest du die jetzt getauscht, hätten wir jetzt ein Auge gehabt. Ah, Knoblauch, scheiße. Knoblauch, Knoblauch. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen, können wir uns mal bitte auf was konzentrieren? Jetzt konzentriere dich, ich brauche ein Glas. Und muss hier weg. Äh, um links, um links, um links. Den in der Mitte zweimal Auraune. Ach so, jetzt kann ich den nicht. Zweimal Auraune und, 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 und Pilz. Wo kriege ich einen Pilz her? Links, ne? Auch gegen Schwanz würde ich mich jetzt verarschen. Hast du was gegessen gerade? Nein! Hör, wieso macht der jetzt so Rose hier hin? Was passiert, was pilzt da nicht, wenn ich das trinke? Kann ich das trinken? Alter, ich brauche einen Pilz! Wo ist der Pilz? Wie Pilz? Pilze gibt's nicht. Ach so, hier! Doch, hier hinten. Nee, da oben. Mach schon mal, äh, Holz rein. Holz, Holz, Holz. Ja, wo ist Holz? Ach, da hinten. Oben rechts immer noch. Nein, wieso? Ach, wo läuft die hin? Ja, da schaffst du das mal, ja. Oh, komm, komm, komm. Ich brauche das gleiche nochmal. Einmal Fliegenpilz, zweimal, äh, Auraune. Nee, äh, war das Auraune? Pilz ist drin. Ja, toll, den Pilz habe ich jetzt auch gemacht. Hä? Ach so, da, zweimal Auraune, ja. Nein, was macht die jetzt? Leg das da drauf, Mann! Einmal ist drin. Oh. Du musst den rühren, sonst ist der... Nee, jetzt ist er nicht mehr. Äh, ich brauche Holz. Holz, Holz. 60 Sekunden noch. War ein geiler Film. Hier, schnell, links. Oh, er ist schon weg, ist schon weg, ist schon weg. Was machen wir denn jetzt? Auge, 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 Kiffe. Ja, ich kann's nicht lesen, wieso kann... Auge und Auraune. Mein Gott. Ist das schon schwer, das mal zu zeigen hier. Mach schnell rein. Auraune kommt. Äh. Hm. Oh, war das knapp. Äh, zwei Auraunen, einmal Blume. Ja, lass es dir machen. Und bringen mehr Punkte. Blume ist da, Gegner kommt. Und geht wieder. Äh, zweimal Auraune, genau. Hol schon mal, äh, äh, Holz, Holz, Holz. Beeil dich. Und Glas, hol Glas, gleich. Ja, hol Glas, komm, ich bin noch schon dran. Oben rechts, oben rechts, oben rechts. Mach, mach, mach. Oh. Er hat nicht mehr gezählt, oder? Doch. Der ist hochgegangen. Der muss gezählt werden, äh, haben. Weil er nicht weggegangen ist. Doch, der ist nach oben gerollt, gerade im letzten Moment noch. Alter, ich würde sagen, wir machen jetzt auch noch eine, weil sonst, äh, sind wir mit den Nerven hier gleich völlig am Ende. Was ist denn mit dir hier? Beeindruckend, wie geschickt ihr alle Burger-Riswells gleichzeitig beliefert. Ich habe viel mehr Zeit für meine Hobbys, seit ihr die Tränke eigenhändig überbringt. Äff dich doch, blöde Eule. Hallo. Ich kenne den Kanal. Blau. Wie kommen wir da hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, äh, mit X drücken. Alraune und Geist. Alraune und Geist. Ich mache dir die Alraune. Ja, aber hier ist kein Kessel. Was ist das? Was macht der jetzt hier? Ach so. Äh, dann mache ich die hier rein. Hast du den Geist? Nein. Ach so. Beeil dich. Ich suche gerade Feuerholz. Ach, da hinten. Alter, geh doch da durch und hol das, Mann. Hier ist der Geist. Nimm den. Der Geist ist nicht da. Doch, den habe ich eingesaugt. Jetzt nehmen das doch, Mann. Äh, da oben, da oben, da oben, zack. Kaffee? Ja, wir brauchen eine Bohnen, eine Bohnen, eine Bohnen. Wo ist die? Keine Ahnung. Ah, hier oben kann ich tauschen wahrscheinlich, oder? Oh Gott. Oh Gott. Gegen, gegen. Oh, ich bitte leider. Dann Schwanz und, äh, Schwanz und Rose. Ich kann gerade nicht. Boah, wie lange hängst du hier? Du musst in der Zeit jetzt locker mal zu mir rüberkommen können. Hallo. Mach das doch mal da rein. Jetzt legt das doch nicht in den Weg, Mann. Ja, Holz. Du kannst es nicht nehmen, weil ich hier dauernd hänge. Flasche brauche ich. Flasche, 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 Flasche. Kann ich nicht hinstellen, weil wir hier weiterlegen. Ja, ich weiß nicht, warum da unten das Geisterding gibt. Keine Ahnung. Du die Bretter doch bitte da weg. Die brauche ich dann. Ja, es geht hier aber kaputt, wenn ich aufhöre. Mach doch einfach das scheiß Bretter weg und stell es drauf. Mensch. Boah, ey. Was machst du hier für eine Scheiße, ey? Ich habe keine Zeit, Mann. Das Ding explodiert hier. Äh, Geist und Alraune. Alraune mache ich. Mach ich nicht, weil hier ist nichts mehr zum Alraune benutzen. Also ich habe nichts mehr, wo ich was mir machen kann. Wie Alraune benutzen? Ich verstehe nicht. Ich habe kein Holz. Mein Gott. Ja, hier. Ist doch Holz. Gibst du doch. Nimm doch mal was darunter einfach. Ja, ich kann mich jetzt nicht auch noch um das Viech und alles gleichzeitig kümmern. Man kann die Sachen auch mit rüber nehmen. Ja, du musst auch schon was machen. Alraune und Schwanz. Oder auch nicht. Äh, Glas, Glas. Und mein Gott, Glas. Hallo. Da, hier ist Holz. Hier, hier ist Holz. Was will ich mit Holz? Ich habe doch gar nichts zum Reintun. Ja, aber das auch ist. Ich habe doch gar nichts zum Reintun. Ja, aber das auch ist. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das war so klar. Oh, vier Geister. Willst du mich denn... Einen habe ich hier. Ich wollte nicht da durchlaufen. Nimm das Glas, was hier draufsteht, damit das wegkommt erstmal. Oh. Der Geist hat sich nicht eingesaucht. Hä? Was war das für eine Scheiße? Die habe ich eingesaucht. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das Saugen gehört auf jeden Fall. Ja, der war auch weg. Das ist komisch irgendwie. Das war spooky. Ist der heute witzig, der Epi? Was? Witzig, da, witzig. Warte mal. Es mehren sich Gerüchte über eine mysteriöse Frau, die im Südosten Rieswels für Unruhe sorgt. Vielleicht solltet ihr der Sache auf den Grund gehen. Ich würde es selbst tun, aber dieser Schal strickt sich leider nicht von selbst. Sag mal, ey, am besten machen wir Eulensuppe oder sowas, ne, bei den Kommentaren. Ich werde aber trotzdem sagen, wenn du das mal wegmachst, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das doch ziemlich lange dauert, bis wir hier durch diese Stadt mit dem wild gewordenen Einwohnern hier durchkommen. Ich denke mal, das bist du da unten, die grüne, die da wegfliegt. Bin ich ja auch. Und, äh, ja, weil wir jetzt nämlich gerade bei der Hälfte angekommen sind, das wollte ich sagen, und dass wir den Rest von dieser Hälfte quasi von diesem Kapitel in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Hoffentlich dann auch wieder mit mehr Stimme meinerseits. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.